Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2, wir spielen noch über Bane, wir spielen mal... Nein, das war leider, ist leider der falsche Spielmodus, ich gehe nochmal auf Quit, ich hoffe, da geht er nicht ganz raus, es ist natürlich, da geht er wieder ganz raus, das war so, klar, Moment, das werde ich jetzt mal ohne einen Cut... Ja, komm, beende doch wenigstens das Spiel... Ja, da bin ich wieder zurück, sorry für die kurze Unterbrechung eben, das war eben der falsche Spielmodus, natürlich ist er wieder rausgegangen, wo ich auf Quit gegangen bin, ich weiß nicht, warum er das macht, wir spielen nämlich jetzt mal Captors Reflect, da mal Feindkontakt, Mann, mach ihn doch platt, Alter... Uh, da haben wir viele Feindkontakte... Okay, wie... Äh, wir spielen so die Flaggen... Ist natürlich klar, wir haben natürlich schon... Und was habt ihr mit unserer Flagge gemacht? Äh... Äh... Mist, da lief die... Äh... Und wir haben da natürlich... Den Darth Maul... Ah, gut gemacht... So, wir müssen die jetzt verteidigen... Hallo, hallo, wir haben da noch einen... Warum geht's zur Rückflagge... So, die hat sich zurückgesetzt, haben wir erfolgreich verteidigt... War nicht schwer... Oh, 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 oh... So... Wir müssen die Flagge jetzt ein bisschen verteidigen, das ist... Captors Reflect, kennt man ja... So, Leute, passt auf... So, drei Folgen... Wir beschützen hier die Flagge... Oh, 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 oh... Gehen wir aus dem Blick, man! Komm, komm, weg von ihm, weg von ihm! Hammer, Hammer, Hammer! Passt jetzt schön auf die Flagge... Oh, wir haben schon zwei Punkte, das ist so gut... Und die noch gar keinen... Wo schieß ich denn hin? Okay, der hat sich... Resettet... Wo ist denn? Ach da! Ne, okay, die können ja... Die zum Glück nicht aufnehmen... Aber die aktivieren hier auch nicht... Das wäre aber vom Vorder... Wenn sie es mal machen würden... Geht mir doch mal außen... Mann, verzieht euch! Ah! Ist sehr toll, Leute... Ja, ne, ne, ich... Okay, ich lass keine mehr folgen, weil die... Gehen mir ja auf den Sack! Oh, wir hätten das... Elite-Gewehr... Hammer! Ah! Da kommt Obi-Wan... Mit unserer Flagge... Ja... Bleibt mal hier, wir müssen die Flagge beschützen... Ja, okay, jetzt bleiben immer welche in der Base... Ne, diesmal nicht darf man... Nachladen... Wie gesagt, wir beschützen... Das ist Captain of the Flag... Und ich könnte auch die Flagge holen versuchen... Das habe ich aber selten hinbekommen... Ich lass da immer so eine Strategie die KI hingehen... Weil die kriegt das relativ gut hin, wie man es sieht... Und... Wir beschützen unsere eigene Flagge... In der Hoffnung, dass wir am Ende... Hey, 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 hey... Ja, da muss ich mal einen Jabba töten... Weil die klauen die Flagge, das ist nervig... Weil... Sonst... Die Flagge muss in unsere Base bleiben... Jetzt habe ich keine Kontrolle mehr... So, die... Wenn die geklaut wird und der stirbt... Hat man 20 Sekunden... Ich glaube... Fängt ein Time an... Man sieht hier oben eine ganz kleine Zahl... Wie von... Mann, schieß doch den... Wie gesagt... Ähm... Da ist eine kleine Zahl... Ein Timer... Von... Der wird Stefan 20 glaube ich runter... Man hat 20 Sekunden Zeit... Um sie wieder aufzunehmen... Und weiterzuführen... Wenn man das nicht macht... Wird sie... Respawn... Also Resetet... Dann wird sie zurückgesetzt... Ja, Obi-Wan bringt dir fleißig die Flagge an... Wir punkten ihn... Genau... We are captors of the enemy flag... Oder... Ich hab... Ach... Der ist schon wieder... Ich hab natürlich schon lange nicht mehr das Mauer gesehen... Wo kommt mir der... Schlechtgelaunt Adama... Nix da... Wir machen das auch hier grad... Ja... Wir haben die... Flagge wieder... Könnte aber auch sein... Das ist ein... Dauber Java genommen hat... Hallo... Ist ein Feind, Leute... Wenn ich nicht treffe... Müsst ihr treffen... So... Ähm... Wir halten... Auch schön... Aber eigentlich machen wir das relativ gut... Der DKI kriegt das auch relativ gut... Ich hab'n Lichtshred gesehen... Wir haben ein gewisses... Problem... Mann... Schieß doch auf den Leute... Da kommt er wieder... Oh oh... Gib mir immer die Flagge... So... Ich muss jetzt mal einen töten... Damit wir... Ne... Jetzt gehen auch die Leute uns hinterher... Ah... Jetzt haben wir mal gepunktet... Er tötet ihn noch... Wir brauchen neue Munition... Haben wir hier irgendwie ein Muni-Druin... Ohne dass ich... Ne... Ich will kein Headgear spielen... Bespitter... Äh... Das war halt meine Schlosser... Die sich verabschiedet hat... Musste ich natürlich auch Bespitter sagen... Ihr verzeiht's... Ja... Ah ne das wollte ich nicht... Ne das auch nicht... Nein das auch nicht... Ich wollte springen... Okay... So... Wir brauchen noch vier Flaggen... Ich hab's eingestellt... Dass wir bei zehn Flaggen gewinnen... Das kann man... Ah... Wir machen ja jetzt mal unterwegs platt... Habe ich auch für den Ungarn getötet... Das war jetzt echt nicht mit Absicht... Langsam werden die wütend hier... Mann... Tötet doch diesen Scheiß... Ah Leute... Ihr kriegt auch echt nix gebacken... Na geil... Jetzt ist unser schönes... Ja guck hier läuft... Hier läuft jetzt der Timer... Die kriegen echt nix gebacken hier... Nein... Auf die Gegner schießen ist wohl nicht heute Leute... Das regt mich echt grad auf... Sorry... Mist... Und ich krieg's auch nicht hin... Nein... Jetzt können die punkten... Das mag ich nicht... Leute... Macht hin... Kann ich hier lang... Das werden wir glaube ich nicht mehr schaffen... Mist... Okay... Dann werden die jetzt punkten... Ja... Haben wir die Flage mal verloren... Weil meine Leute einfach zu dem... Die wahnsinnig... Ob... Ne... Okay... Ja... Komm her... Nicht immer nur Lichtfett werfen... So... So... Ich will eigentlich nicht das nochmal punkten... So, 8 Sekunden noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, so. Jetzt ist sie respawned, wir müssen mal ein bisschen hin machen, weil wir haben hier eine Zeitleiste. Was denn? Das stört die doch einfach, meine Fresse. Was? Haben wir unsere Flagge? Was? Das stimmt dann ja, aber hier ist doch nichts durchgekommen. Ah, wir haben eh gewonnen. Ja, Victory! Das war Capture the Flag. Und zwar ein besonderes Capture, das war Two Flags, Capture the Flags im Grunde genommen. Es gibt dann noch die eine Flagge, da muss man eine Flagge holen und in die eigene Basis bringen. Und hier muss man eine Flagge beschützen und die gegnische Klauen und in die Basis bringen. So, genau, wir haben 71 getötet, siebenmal gestorben, zu viel. Public Enemy sind wir, wir sind sonst weiter nix. Wir sind immer noch Capture und ich sage dann, ja, ich verabschiede mich von Star Wars Battlefront 2 und bis zur nächsten Folge. Euer Frieder, macht's gut, bis dann. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö